Menschen getroffen Ich habe Menschen getroffen, die, wenn man sie nach ihrem Namen fragte, schüchtern, als ob sie gar nicht beanspruchen könnten, auch noch eine Benennung zu haben. Fräulein Christian antworteten und dann wieder Vorname. Sie wollten einem die Erfassung erleichtern. Kein schwieriger Name wie Popiol oder Baben der Erde, wie der Vorname. Bitte belasten Sie Ihr Erinnerungsvermögen nicht. Ich habe Menschen getroffen, die mit ihren Eltern und vier Geschwistern in einer Stube aufwuchsen, nachts die Finger in den Ohren am Küchenherde lernten, hoch kamen, äußerlich schön und ladylike wie Gräfinnen und innerlich sanft und fleißig wie Nausicaa die reine Stirn der Engel trugen. Ich habe mich oft gefragt und keine Antwort gefunden, woher das Sanfte und das Gute kommt. Weiß es auch heute nicht und muss nun gehen. Dieses Gedicht ist fast schon eher eine Prosa-Skizze, die sich durch Zeilenumbrüche erst als Gedicht ausgibt. Ich habe Menschen getroffen. Das verallgemeinernde Menschen vernebelt, dass es nur um einen bestimmten Typus junge Frau geht, die der Sprecher offenbar mit einer gewissen Sehnsucht betrachtet. Die, wenn man sie nach ihrem Namen fragte, schüchtern, als ob sie gar nicht beanspruchen könnten, auch noch eine Benennung zu haben, Fräulein Christian antworteten. Es wird die Begegnung mit einem Menschen erzählt und das im Plural, als wenn das doch immer wieder mal vorkäme, als wenn das Erzählte nur ein Beispiel für vergleichbare Begegnungen wäre. Dafür ist das Geschehen aber doch seltsam konkret. Und dann wieder Vorname. Sie wollten einem die Erfassung erleichtern. Kein schwieriger Name wie Popiol oder Babender Erde. Wieder Vorname. Bitte belasten Sie Ihr Erinnerungsvermögen nicht. Dem humorigen Umgang der jungen Frau mit ihrem Namen wird eine Absicht und Bescheidenheit unterstellt, die sich möglicherweise viel mehr aus ihrem Auftreten und ihrem Ton ergeben und vielleicht noch mehr Charme und Anmut als Bescheidenheit ausstrahlen. Ich habe Menschen getroffen. Diese gliedernde Wiederholung ist fast das einzige Vormerkmal, das aus diesem Text tatsächlich ein Gedicht macht. Die mit ihren Eltern und vier Geschwistern in einer Stube aufwuchsen, nachts die Finger in den Ohren am Küchenherde lernten. Die Musterschülerin aus einfachsten Verhältnissen. Hoch kamen, äußerlich schön und ladylike wie Gräfinnen. Bildung, Intelligenz, Auftreten und wohl auch beruflicher Erfolg, Emanzipiertheit, Selbstständigkeit zeichnen diese Menschen aus, weibliche Menschen. Ich unterstelle mal, daß an Männern den Sprecher diese Eigenschaften nicht so interessierten und vor allem berührten. Und innerlich sanft und fleißig wie Nausicaa der reine Stirn der Engel trugen. Man wird den Eindruck nicht los, daß es sich immer noch um dieselbe Frau handelt, daß es also Fräulein Christian ist, deren Werdegang hier erzählt wird. Eine Nausicaa, das anmutige, einfache Mädchen, das beim Waschen der Wäsche auf einen Schiffbrüchigen trifft und ihm hilft, macht aus dem Sprecher beinahe selbst diesen Schiffbrüchigen, nämlich Odysseus, in den sich Nausicaa verliebt, der aber weiterzieht. Auf Nausicaa bzw. Fräulein Christian bezieht sich also diese gewisse Sehnsucht. Ich habe mich oft gefragt und keine Antwort gefunden, woher das Sanfte und das Gute kommt, weiß es auch heute nicht und muß nun gehen. Er muß nicht nur als Odysseus gehen, sondern vielmehr als der ältere Mann, dessen Leben sich nun mal dem Ende neigt. Zwei Monate vor Entstehung des Gedichtes lernte Ben die Geliebte seines letzten Lebensjahres kennen. Gerda Pfau, Fräulein Pfau, wie der Vogel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.